So liebe Freunde, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Aufnahme Hexit. Ich starte hier gleich in die Welt, muss ich erst mal alles hinrichten, richtig hinhocken. Oh, es regnet noch. Ich höre keinen Sound. Ah, doch, ganz leise. Machen wir mal so. Ja, jetzt höre ich ihn, jetzt müssen wir ihn wieder leise machen. So. Äh, ja gut. Was haben wir denn das letzte Mal gemacht, weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, ich seh da hinten ein Schiff. Hier in die Richtung. Und da war ja der Turm, der dann explodierte. Der dann explodierte, schon unsere ganzen schönen Sachen. Äh, mit in den Tod gerissen hat. Äh, ich hab hier so, äh, so einen geilen Helm. Und so geile Schuhe, die sind irgendwo hier. Äh. Oh, ich glaub, da sind die Backpacks drin, fragt mich nicht. So, ich kreise hier, ach ja, ich wollte ja den, mein Haus bauen. Ich muss mal nachdenken. Ich muss mal nachdenken, ob ich dieses Bau, wenn er vielleicht doch noch nicht hinten verschiebt. Ich muss mal kurz gucken, was sind denn die Backpacks drin sind? Ah, hier, genau. Und dann, diese Schuhe, ach, Pfeiler, mich einfach so, da, ich hab nen Bogen. Und dann mach ich mir einfach mal ein paar Öfen, also, genau, vier Stück vielleicht. Ah, da hab ich doch mal drei. So, vier, äh, äh, so. Und dann brauch ich die Tolle. Äh, so, 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 so. Und das wird dunkel, das gefällt mir nicht so. Gold, Aluminium, das und das. Und mal kurz gucken, was denn, was hier alles beinhaltet. Ob's hier, aber ich glaub nicht, dass es sowas wie, ähm, was hier ist. Ne, hab ich das verliegt doch gar nicht. Äh, das da. Industrial Framer. Hm, und was bin ich mir das? Dem. Dom. Oh Gott. Stahlbarren. Okay, das hab ich hier noch gar nicht. Ähm. ich möchte hier einfach mal kurz ein bisschen durchschauen, ob ich hier vielleicht irgendwelche Ähnlichkeiten zu Feed the Beast finde, der aber ich glaube eher weniger also zum Beispiel mit so Elektronik steht zum Beispiel gar nicht what the fuck MT Magazine okay okay irgendwie schieß ich da ah Nitro ein bisschen Nitro warum ist hier warum hat hier gerade irgendwas explodiert das macht mir ein bisschen Angst aber dann werde ich hier die Sachen erstmal da rein und dann kann ich gerade nicht mehr gucken zum Beispiel zum Beispiel hier einen ganz normalen Backpack mit Leder alles klar so Lederhaut ich habe kein Essen mehr fällt mir gerade so auf was was will ich nicht will ich nicht ich will wissen also man bekommt keine Ruhe Sachen sondern ich habe es viel weil Leute ich kann hier nicht weg ohne hier was irgendein Essen dabei zu haben das geht nicht kann ich ja jetzt schon sagen dass ich das aber überhaupt nicht machen werde kann ich ja jetzt schon sagen dass ich das aber überhaupt nicht machen werde ich brauche noch ein bisschen Leder und sind jetzt da muss ich noch ein paar oh 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 nee 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 man in der Wanderung noch zwei Üben hier ähm 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 kann ich mir mal kurz bei Leben hm so so okay ähm 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 ich bin dazu weil ich brauche auf jeden Fall noch ich nehme ich nochmal ein extra Backpack mit würde ich sagen und dann hab ich hier so so oh huppala aber dann mache ich nochmal mir kurz eine Kiste wo ich dann diesen ganzen irren Scheiße reinpacke zum Beispiel von dem da so so also das sind gleich wieder die ganzen ähm Rohstoffe so ich brauche den Raum noch da rein ähm 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 so 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 denn dann dann baue ich mir hier nochmal ein Backpack dann wenn ich das leere hole ich mit dem das ist auch leer und naja gut das ist halt zu halb leer ja guck mal hier guck mal hier das mal überlassen aber dann ist immer noch immer noch die Sache die 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 die